Ehemang! Dann begleitet ihr wieder Jogi auf Schatzsuche. Jetzt kommt Werbung. Wir bauen einen Schneemann. Machst du mit? Wie sollen wir ihn nennen? Cornflakes! Cornflakes niemals! Frosty! Und mit Frosty, dem Schneemann, war Weihnachten immer besonders froh. Das war die Werbung. Wir sind schon ewig beste Freunde. Es gibt nichts, was der eine von dem anderen nicht weiß. Die Looney Tunes Show. Montag bis Freitag um 19.15 Uhr. Neu bei Bumerang. Lehnt euch zurück. Jetzt geht's los mit Bumerang Kino. Viel Spaß beim Filmen. Hülmin. Hülmin. Bumerang Kino. 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 Vielen Dank.